Und hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Live-Gameplay und ja, wir sind jetzt hier am Start in Ghost Recon Breakpoint und wir spielen das neue Update, was am Mittwoch jetzt rausgekommen ist die Woche und ja, wie ihr seht, wir sind hier schon am Start mit unseren Bot-Mitspielern und zwar ja, das Update war auf jeden Fall richtig heavy, muss ich sagen und es ist halt echt was Geiles reingekommen und zwar jetzt halt für den Singleplayer kann man jetzt halt auch Bots hinzufügen, das heißt man kann sie, ich zeig's mal ganz kurz, man kann sie im Menü, ähm, also man kann sie im Menü aktivieren und ja, somit dann eine Gruppe bilden und ja, ich muss sagen, es ist recht geil und ich bin echt richtig fasziniert davon, weil es einfach wirklich eine komplett neue Dynamik ist, es spielt sich mega cool und es ist auch einfach ein geileres Erlebnis, als es immer Solo zu spielen oder halt ein bisschen im Team zu spielen, also ich muss sagen, echt ein fettes Däumchen hoch für die Aktion von Ubisoft, also echt, muss ich sagen, echt krankes Ding haben sie da rausgehauen, diesen Monat und ja, ich hab schon gestern ein bisschen angespielt, mich ein bisschen reingespielt, wie das ist so, wie es sich halt, äh, ja auch anfühlt ein bisschen mit dem Team zu spielen und ich muss sagen, echt gut programmiert, echt gut, die kommen sowas von mit, die ziehen auch direkt mit, die hören auf deine Befehle, die ziehen auch automatisch mit, das ist alles perfekt abgestimmt und ich muss sagen, es ist einfach wirklich ein mega geiles Erlebnis, das zu spielen, also ich würde es euch empfehlen, wenn ihr Singleplayer schon durch habt oder so, nutzt trotzdem und spielt die mal kurzzeitig, weil es echt sich lohnt, die zu spielen und ja, wir sind jetzt hier am Start, machen eine kleine Mission und zwar wollen wir hier unseren Silver Black finden und auch töten, also ausschalten und ja, wollen wir mal gucken, wie weit wir kommen und würde ich sagen, starten wir jetzt mal richtig rein in eine geile Runde mit unseren neuen Kumpanen ja, so, dann gucken wir mal ich hab gestern schon mal die Mission gespielt, das heißt ich spiele die jetzt quasi ein zweites Mal, aber beim ersten Mal ist es halt fehlgeschlagen und, äh, ja, gestern Abend hab ich es halt nicht mehr geschafft, die nochmal zu spielen weil es halt ein bisschen spät war und ja, ihr habt ja das Video jetzt auch quasi gesehen quasi, ja, jetzt gesehen das ist ja jetzt am Freitag müsste es ja rausgekommen sein am Donnerstag denke ich mal nicht ähm, ja, auf jeden Fall muss ich schon sagen hat halt echt Bock gemacht mit denen zu spielen und es hat sich auch echt gelohnt also, mit denen noch gestern ein bisschen rumzocken mit den Bots und ich muss sagen das Gameplay ist auf jeden Fall komplett anders und es kann einen sogar wirklich richtig faszinieren muss man sagen also es zeigt auf jeden Fall das Gameplay aus dem Blickwinkel und ich hoffe, dass es auch sehr bald in den neueren Games mit drin ist also Ghost Recon, soweit ich weiß ist eines der ersten was es auf jeden Fall drin hat diese Dynamik mit den Bots EA hat ja den ersten Schritt gemacht und hat es in Multiplayer-Lobbys richtig fett reingemacht in speziellem Modus es gab natürlich vorher auch immer so mal was aber das ist bis jetzt eigentlich so das erste richtige Multiplayer-Action-Game was halt richtig groß ist also es ist ja auch ein Live-Gameplay deswegen nicht wundern, warum ich Commentary jetzt die ganze Zeit gebe man könnte jetzt meinen, ich mache die ganze Gameplay aber ne, ich mache diesmal Commentary anstatt Livestream weil, als Begründung weil der Livestream, die Grafik ist halt immer ja, die ist immer halt ziemlich schlecht und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden hier das jetzt rauszulassen mit dem Livestream bei dem Punkt, weil ich denke mal ihr wollt es auch genießen in voller Grafik und so deswegen habe ich mich dazu entschieden das so zu machen jetzt dass wir hier im Prinzip ohne Livestream das machen mit guter Grafik und so ein schönes, kompaktes Video das kann man sich doch eher geben so, jetzt fehlt uns hier noch einer und zwar ich hoffe mal, dass wir nicht entdeckt werden ja, ich konnte ihn nicht jetzt sehen ja, scheint mir scheint mir nicht hier drin zu sein wartet mal den Funker hatten wir schon gespottet gut den Funker müssen wir nämlich ausschalten der Rest ist uns scheißegal auf gut Deutsch gesagt weil, äh, der Funker ruft Verstärkung und das wollen wir ja nicht wir wollen ja ganz schnell alle platt machen bis auf unsere zwei Informanten die dürfen wir nicht wegmachen die mit dem I hier über den Kopf unsere zwei Informanten die dürfen wir nicht wegmachen äh, vier Informanten sind es ja, moin so, einer fehlt mir hier noch hier vorne müsste noch einer sein und da hinten ist noch einer hier soll noch einer sein gut, den haben wir so, jetzt fehlt hier immer noch einer naja, ich würde sagen das wäre erst so egal der wird schon nicht, äh, der Boss sein weil, der ist ja eigentlich da oben also, laut dem Point ist irgendwas da oben um zum Untersuchen gut, dann würde ich sagen let's go so, zack nachladen ähm welcher von denen könnte das sehen na, moin bisschen verbuggt gerade ähm er hat nur zur Erklärung ich habe jetzt gerade zwar ich habe meinem Scharfschützen jetzt den Befehl gegeben er soll den da ausschalten also weg snipen nur ich gucke jetzt, äh aber er snipet erst dann wenn ich schieße den Schuss abgeben also das ist echt gut abgepasst und, ähm die anderen werden auch erst schießen wenn ich schieße noch so viel zur Erklärung dazu ihr seht das mein Scharfschütze der zielt direkt auf ihn ich finde es halt mega geil weil die Schusstrefferquote ist halt sowas von 100% halt es ist halt mega Bock ähm ja, wie gesagt der schießt dann erst wenn ich schieße aber ich muss jetzt gucken dass da kein weiterer Gegner in der Nähe ist ich gucke nochmal kurz dass halt echt kein weiterer Gegner in der Nähe ist der ihn im Prinzip sehen kann aber leider ist da hinten ja, jetzt könnte man ausschalten obwohl der da ist auch noch ein Problem guck mal, weißt du was wir schalten den Typen da aus oder auch nicht der da hinten ich weiß nicht ob ich da rankomme ja, so müsste es gehen die Abschätzung ja gut so komm und er bewegt sich in dem Moment wo ich fast ausgerichtet hatte aber das ist gut sag ich doch siehst du das meine ich ich habe geschossen er hat geschossen also das ist halt echt gut abgepasst gut ich bin bereit das Ziel auszuschalten gut lassen wir die Demix snipen und ich snipe den Sniper weg oh 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 wir wollen doch nicht so weit hoch ach so jetzt verstehe ich es ja der Sniper ist nicht äh ja 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 er ist der Sniper warte mal welche Position spielt er der sollte 3 sein der sollte die 3 sein ähm gut ich will jetzt erst einmal den da oben den kann sie nicht töten ähm jetzt wird es problematisch ne weil jetzt sind keine Gegner mehr da ja doch da könnte man es nehmen äh nein gut jetzt ist er am Start perfekt ausgeschaltet das meine ich halt perfekt abgepasst ja wir sind jetzt die ist wir sind hier die ist Und wir erteilen ihnen die Feuerfreigabe. Oh, mate getroffen. So, wir dürfen jetzt aber nur hier nicht da unten ausschalten. Unsere Informanten. Das wäre echt nachteilig. Alter. Läuft die Ballern richtig los wieder mal. Nein, Digger. Mach nicht diesen da. Wir wollen die nicht runterrutschen. Nein. Glück gehabt. Oh, er hat ein legendäres Item gedroppt. Nice. Ja, ich spiel noch mit dem Dingsons. So, würde ich sagen, schnappen wir uns erstmal unseren ersten Informanten. So, schön erstmal. Verhören. Sack mir schon alles. Komm, komm her. Ja. Du hast genau eine Chance, mir zu verraten, wo Silverberg ist. Ich kann nicht. Der bringt mich um. Oh ja. Und was glaubst du, was ich tue? Du verstehst das nicht. Du hast genau eine Chance, mir zu verraten, wo Silverberg ist. Ich kann nicht. Der bringt mich um. Oh ja. Und was glaubst du, was ich tue? Du verstehst das nicht. Der ist total krank im Kopf. Hast du die Fotos gesehen? Wo ist der? Okay. Die Gegend heißt Guthoffmann. Er musste irgendwo ein Versteck haben. Gut, dankeschön. Und Nivegi. Arimidegi Nivegi. So. Seht ihr, das meine ich halt, ist so mega geil. Meine Mates, die haben einfach alles geklirrt, Digga. Im Komplettbereich geklirrt. Digga. Und jetzt können wir uns schön den Ludgen noch, der hier übrig verblieben ist. Ist einfach so mega geil. So, zack, 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 zack. Alles eingesammelt. Vielleicht das Ding ist, ne. Real Talk gestern, woran die Mission gescheitert ist, ist halt, habe ich schon erwähnt oder nicht? Ich habe auf jeden Fall die Informanten getötet, deswegen hat das gestern nicht funktioniert. Ja, weil meine Waffe ein bisschen zu OP war und auf ihren Kopf sehr gerichtet war. Ja, das war ein kleines Problemchen. Das war auf jeden Fall ein kleines Problemchen. Aber naja. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal einen Plan, wo der Typ ist. Und die sagen, holen wir den auch uns gleich ab. Vorher looten wir aber noch das Fahrzeug hier vorne, weil das bringt gut Loot. So. So. Würde ich sagen, haben wir alles. Gehören wir jetzt in Heli und machen uns vom Ocken. So. Warte mal. Ist hier nicht noch einer drin? Genau. Habe ich doch richtig in Erinnerung gehabt. Hier war gestern noch jemand drin. Ja, und das Event Volksaufstand, das läuft ja auch noch bis nächste Woche Mittwoch. Übernächste Woche Mittwoch, sorry. Das würde ich sagen, können wir auch, wenn es euch gefallen hat, das Gameplay jetzt, dann können wir auf jeden Fall das auch mal zocken mit unserem Team. Ups, wir sind eigentlich zu weit vorn. Können wir das auf jeden Fall auch zocken. Ich werde sowieso zocken, aber wir können es ja dann auch gemeinsam so im Live-Gameplay oder so spielen. Je nachdem, was euch lieber ist. So, kommt Jungs und Mädel. Wir wollen los. So, jetzt geht es richtig los, Alter. Der Hubschrauber voll bemannt. So, wir sind jetzt 5 Kilometer fahren. Flug hier. Ich muss schon sagen, also eigentlich letzte Haupt-Mission von der Haupt-Story, also der richtigen Haupt-Story, die kostenlos war beim Game dabei, muss ich schon sagen, ja, ist ne, easy eigentlich, relativ easy. Aber ich habe es auch glaube auf Schwierigkeitsgrad normal oder leicht gestellt. also viel, ne, normal habe ich, normal nicht schwer habe ich, äh, oder, ne, nicht leicht habe ich eingestellt. Ich habe normal eingestellt Schwierigkeit. So. 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 ausprobieren lieber studieren sagt das alte sprichwort naja haben wir mal getestet auf jeden fall so zwei kilometer noch dann haben wir es geschafft so leute nach einem kurzen katz immer wieder auf den start ich wollte das jetzt nicht noch die zwei kilometer antun deswegen habe ich mir gedacht machen wir jetzt nach den zwei kilometer ich will den heli jetzt nicht gleich schrotten aber dann habe ich nicht schlecht da habe ich ein problem ich weiß nicht wo ich halten soll der gar selber gegner kleines problemchen ich würde sagen park mal den hier oben in dieser kleinen kuhle nein 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 und in den kommen wir nämlich nicht mehr weg außer mit schnell teleport in die hauptbase das ist nämlich ein kleines problemchen dann wenn wir nicht mehr ohne teleport wegkommen so was immer schon mal ein gebiet von nach ihm und würde ich sagen machen wir den würde ich sagen ab dem zeitpunkt jetzt würde ich sagen lasst uns das im schnelldurchlauf mal durchziehen damit das video sich nicht noch in der länge an die mehr an die länge zieht und ja dann 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 Los geht's! Roger. Wir werden es in Kontakt geben. Untertitelung des ZDF, 2020 Missed 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 Ja, hier ist er! Du warst evakuiert! Oh! Hey! Auf jeden Fall schütten! Du bist ausgeschaltet! Feuer! Feuer! Hey! Oh! Ausgeschaltet! Let's go! I will fly! Do you need to go ahead? I am going off the desk! Yes! I am going off the desk! I am going off the desk! To the police! Stop! Stop! I don't want to run! I don't want to shoot! No! Oh boy! Oh boy! Hey! Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Also ich muss sagen, wir haben echt abgeholt hier. Und ja, wir haben echt gut Kills gemacht. Echt gut zusammengearbeitet. Natürlich, wie es zu erwarten war. Und ich muss sagen, hat einfach das gezeigt, wozu die heutige Technik im Stande ist. Und ja, ich muss sagen, hat echt wirklich viel Spaß gemacht, mit denen zu spielen als Truppe hier. Und ja, ich denke mal, wenn es euch gefallen hat, können wir auf jeden Fall, wie gesagt, dann das mit der Revolution spielen. Das Event, was ja momentan am Laufen ist bei Ghost Recon Breakpoint. Und ja, würde ich sagen, Leute, haut rein. Habt viel Spaß mit Ghost Recon Breakpoint, wenn ihr es habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Bis dahin wünsche ich euch wirklich viel Spaß damit. Und wie gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Livestream eigentlich eher wieder. Wie gesagt, auch Ghost of Tsushima wird am Samstag erst erscheint der Livestream. Weil, ja, am Freitag halt, wie gesagt, das Video erschienen ist jetzt. Und, ähm, noch eine Sache dazu kommt. Und zwar, dass ich, wie gesagt, dann, der Fall ist eingetreten, dass ich Freitag keine Zeit habe, mich einzuspielen. Deswegen, tut es mir leid, deswegen, ich werde mich am Freitag einspielen. Und werde euch dann ein Live-Gameplay auch wieder hochladen am Samstag. Beziehungsweise, ich werde mal, vielleicht auch ein Livestream rauslaufen. Je nachdem, also ich denke mal eher wahrscheinlich ein Live-Gameplay, weil, Live-Gameplay macht mir ja Bock. Und es sieht auch besser aus. Auf jeden Fall, haute rein bis dahin. Viel Spaß. Und wie gesagt, wir sehen uns dann am Samstag wieder bei einem neuen Live-Gameplay. Und Loot haben wir auch gut abkassiert bei der Mission, muss man sagen. Also, das auf jeden Fall war'm Start.